Nicki Minaj hat in London zu einem spontanen Fantreffen geladen, das zu einem Polizeieinsatz führte. Nicki Minaj, 39, hat am vergangenen Montag im Londoner Stadtbezirk Kempten für Aufsehen gesorgt. Die Musikerin hatte spontan zu einem Mietentrieb in einen Café geladen und damit zahlreiche Fans angelockt, die einen Blick auf den Star erhaschen wollten. Die Menschenmenge war so groß, dass Minaj ihren Wagen lange Zeit nicht verlassen konnte. Appell an Fans auf Twitter rief sie ihre Fans anschließend dazu auf, nicht in den Straßen umherzulaufen und Ruhe zu bewahren. Die Polizei bestätigte laut britischem Guardian, dass die Mitarbeiter des Veranstaltungsortes Kontakt aufgenommen und sich besorgt über die erhebliche Menschenmenge außerhalb des Gebäudes gezeigt hätten. Die Organisatoren beschlossen daraufhin, das Fantreffen aus Sicherheitsgründen abzusagen. Beamte hätten daraufhin für eine geordnete Auflösung gesorgt, Festnahmen seien keine erfolgt. Mickie Minaj war zuvor nach Großbritannien gereist, um am vergangenen Wochenende beim Wireless Festival in Finsbury Park aufzutreten. Woah, ich bin kurz vor, dass die Kirche ausprobieren sollte.